Wohlwollen ist gefragt und ein bisschen Hoffnung, wenn man aktuell auf die Indizes sieht. Schauen wir zuerst den DAX an. So schlecht ist es gar nicht. Er ist in dieser Unterstützungszone, in dieser kritischen, in dieser jetzt alles entscheidenden Zone gelandet. Er hat auch diese eigentlich etwas größere Box unten durchstoßen, ist aber eben noch, wie gesagt, in dieser etwas wellenförmigen, unsicheren Zone hier angekommen. Und da hat er im Moment zumindest mal den Ansatz gezeigt, drehen wäre eine Option. Also ist das das gute Zeichen, auf das alle Marktteilnehmer, die bullischer Laune sind, ja, auf das sie gehofft haben, auf das sie gewartet haben. Tatsächlich sieht es so aus, als ob zumindest mal ein Funken Hoffnung besteht, dass die Marktteilnehmer jetzt hier an der Stelle drehen. Jetzt kommt es aber auch wirklich darauf an. Also da jetzt ein bisschen wackelig hoch und dann nochmal tiefer, das wird dann ganz schnell irgendwie ganz schön doof. Also im Moment ist es so, wer auf der bullischen Seite sich wähnt, Pobacken zusammenkneifen und Finger überkreuze oder wie sagt man, also eine gewisse Chance, dass der Kurs jetzt hier tatsächlich dreht an diesen Niveaus, die scheint gegeben zu sein. Und wollen wir mal gucken, ob der Markt das tatsächlich auch versucht umzusetzen. Dafür blicken wir mal auf den kürzerfristigen Chart, den 5-Minuten-Chart, beziehungsweise ich gehe mal auf den Future, denn das ist ja eher das, was man anschaut, wenn es um den Handel geht. Und tatsächlich, wir hatten hier so einen doppelten Boden, na, was auch immer das bedeutet. Man hatte hier schon mal versucht, hier hochzugehen, das war allerdings mitten in der Nacht, das zählt noch nicht. Dann hat man gesagt, gut, das lassen wir uns heute Morgen nochmal machen. Also ab 11 Uhr steiler Anstieg das Ganze und immerhin starke Aufwärtsbewegung, relativ schwach nach unten, das dreiwellig nach unten, aber auch schon wieder irgendwie, dann hat den Eindruck, aber ohne Überschneidung kriegen sie es nicht hin. Also diese beiden Bereiche überschneiden sich wieder. Was soll das? Wollt ihr wirklich? Warum lasst ihr euch die Wurst vom Teller ziehen? Warum dann wieder der Rückschritt in diesen alten Bereich rein? Kriegt ihr es nicht hin, hier einfach das Ding weiter hochzukaufen? Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier im 4-Stunden-Chart so ein bisschen den Eindruck habe, na, 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 vielleicht schaffen sie es, vielleicht schaffen sie es hier. Man merkt irgendwie nicht so richtig, dass die Marktteilnehmer die Kraft und den Mut haben, hier sich massiv nach oben durchzusetzen. Also für mich ist das noch kein Zeichen für die Long-Seite. Aber tatsächlich, ich will es nicht schlecht reden. Es besteht die Chance, erstens mal, wir haben da diese Unterstützungswolke, habe ich es gestern genannt, weil sie nicht ganz klar definiert ist, aber diese Zone, das ist ja schon mal ein Anfang. Und wir sehen, dass man zumindest mal bemüht ist nach oben, auch wenn ich mit dieser Überschneidung hier semi-glücklich bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also beim DAX, ich bin mir noch nicht sicher. Also für einen Long-Einstieg beim DAX reicht mir das persönlich noch nicht. Da will ich doch noch ein bisschen mehr sehen eigentlich als das, was wir bisher haben. Das kann aber ja tatsächlich passieren. Stellt euch vor, der Markt macht jetzt wirklich in den nächsten Tagen so eine Aufwärtsbewegung, wackelt dann nur noch runter. Dann bin ich wieder der Bulle vor dem Herrn. Dann bin ich zumindest mal vorläufig sehr, sehr gerne gewillt, hier auf der Long-Seite mit dabei zu sein. Das fehlt mir allerdings. Das, was wir hier sehen, ist mir dann doch noch ein bisschen schwachbrüstig. Beim DAX sind wir noch. Es hat so ein bisschen wendemäßig was, aber dafür ist der Tail hier auf der Oberseite ganz schön lang. Am liebsten hat man da wenig Tail auf der Oberseite. Gucken wir noch mal beim Index, ob es da besser ist. Ja, das ist ein bisschen irreführend. Da sagt man hier auf Tagesebene, klasse Wendekerze. Nein, das ist keine Wendekerze. Doch, doch, sagst du immer. Ja, noch nicht. Noch ist der Tag nicht rum. Wendekerze ist es erst, wenn am Tagesende diese Kerze so aussieht. Dann allerdings muss ich sagen, haben wir zumindest mal ein Wendeanzeichen, das dann auch als klassische Wendeanzeiger hier gilt. Also ihr seht hier diese Situation, wie wir sie hier hatten, beispielsweise am 18. August. Das ist ein Wendeanzeiger. Wenn das hier jetzt heute Abend auch so aussieht, die kürzende Farbe spielt dabei keine Rolle. Das ist nur entscheidend, dass wir einen kleinen Körper haben, einen langen Tail auf der Unterseite in dem Fall, dann ist das eine ganz gute Geschichte. Jetzt könnte der Markt sich noch einen Bärendienst erweisen. Was wäre denn, wenn er den Körper nachher noch bis dahin hochzieht? Ja, dann ist es halt nicht so eine richtige Wendekerze. Also, so arg steigen muss er ehrlich gesagt dafür nicht mal. Das wäre dann für viele dann für morgen. Unterstellen wir mal, die Kerze bleibt so ungefähr, wäre das ein mögliches bullisches Signal, um dann hier lang einzusteigen. Wie gesagt, für den Nachmittagsgucker, das ist eigentlich erst relevant, wenn der Tag rum ist. Naja, eine Dreiviertelstunde geht es noch. Wenn das einigermaßen hier so bleibt, wäre das ein mögliches Longsignal im Unterstützungsbereich, das man mal anversuchen kann. Also, es besteht eine Chance, dass der Markt doch noch ein Interesse hat für die bullische Seite, dass der Markt jetzt mal versucht, hier was rauszureißen. Also, wir hatten hier ein ähnliches Verhaltensmuster an einer Unterstützung. Hier diese Unterstützung, das ist die legendäre, die ich hier unten so buchstäblich großspurig eingezeichnet habe, weil sie sich nicht ganz so genau fassen lässt. Wenn wir dann hier jetzt tatsächlich dieses Verlaufsmuster hier dann bekämen, dann wäre das zumindest mal die Chance für einen Long-Einstieg für den morgigen Tag möglicherweise. Na gut, also das als Idee, was wären dann die Risiken? Das Risiko ist, dass es eben nicht wirkt und der Kurs nach unten geht. Der Vorteil ist, das Risiko ist dann relativ übersichtlich gegenüber einer möglichen Gewinnchance. Das muss aber dann nicht wirklich kilometerweit laufen. Es kann eben auch sein, dass es nur so ein bisschen hoch läuft, aber dass man sich entfernt vom Einstieg, also entfernt vom Einstieg, dafür ist die Chance relativ gut. Deshalb, naja, bleiben wir mal dabei. Eine gewisse Chance für den Dreh ist es da. Ein Hammer, wie diese Umkehrkerze, kann heute Abend noch da entstehen. In der nächsten Dreiviertelstunde ist das Thema ja so halbwegs durch. Also behalten wir das mal im Auge und sind wir guten Mutes an dieser Stelle. Was macht der Dow Jones? Der Dow Jones hat gestern schon so eine Art Situation hier heraufbeschworen. Das ist der Future, da seht ihr, das ist ebenfalls schon so eine Hammerkerze. Am liebsten ist es mir, wenn da wenig Tail auf der Oberseite ist. Da haben wir hier jetzt so ein bisschen was. Das ist noch kein Drama. Bei 34.000 gestriges Tageshoch, beim Future war er bei 34.012 Punkten. Wie gesagt, der December Future in dem Fall. Wir können mal im Vergleich uns das angucken, was hat der Index gemacht. Auch der sieht halbwegs so aus. Also der hat das, was ich jetzt heute so angedeutet habe. Und das hat er hier schon vollzogen. Also wir haben eine realistische Chance, dass wenn der Kurs über diese Marke drüber hinweg geht, dass dann der Kurs zumindest vorläufig ein bisschen nach oben geht. Dann muss man gegebenenfalls den Stopp allerdings einigermaßen passend hinterherziehen. Das wird wahrscheinlich das größte Problem sein, hier eine Stopp-Mechanik zu finden. Denn man muss ihm ein bisschen Platz lassen. Allerdings, wenn er sich nach oben entwickelt, auch hier haben wir jetzt keine, das ist keine richtige, weil der Tail nicht so lang ist. Ihr seht, hier ist er dann optisch dann doch noch ein bisschen länger. Rechnet damit, dass wir eine gewisse Abprallerchance hier haben. Allerdings muss die nicht ewig gehen. Es kann dann auch sein, dass er irgendwann sagt, ja jetzt haben wir auch die Faxen dicke. Also das ist nur so eine Momentaufnahme. Aber immerhin im Bereich einer doch durchaus auffälligen Unterstützung und dementsprechend fähig und in der Lage, den Markt jetzt vorläufig zumindest mal ein gewisses bullisches Momentum eben mitzugeben. Wie cool ist das denn? Also endlich mal was Positives wieder. Ja, aber noch nicht super begeistert sein. Seid da noch ein bisschen vorsichtig. Es ist erstmal nur im kleinen Bild erstmal ein Zeichen dafür. Auch hier vielleicht im 5-Minuten-Chart ein bisschen Augenschulung. Gefällt mir fast besser als der DAX. 1, 2, 3, 4, 5. Anschließend hatten wir eine A, B, C nach unten. Erste Welle hoch, zweite. Jetzt erwarten wir eine dritte Welle. Die dritte Welle hat wiederum einen Anstieg nach oben. Wieder eine Korrektur nach unten. Ja, schon wieder. So ähnlich wie beim DAX, aber sauberer ein bisschen. Da diese ja noch kleiner ist, könnte das dann die kleinere erste, die zweite. Da kommt dann eine dritte. Das ist jetzt Theorie. Ich weiß nicht, ob das genau so kommt. Dritte, vierte, fünfte. Und danach wäre das die dritte. Ich mache die mal im Kreis, dass man sieht, dass in die eingekreiste erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Malen nach Zahlen ist das jetzt hier. So sind gerne Verlaufsmuster. Das ist nicht immer genau so. Also bitte jetzt nicht sagen, so hat das gemalt, so wird es jetzt passieren. Ja, das wäre witzig. Dann würde ich das immer für euch malen und dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass es so passiert. Nein, aber das wäre ein typisches, ein gern gesehenes Verlaufsmuster. Ich wäre also gar nicht überrascht, wenn es so ähnlich in der Form kommt. Das muss nicht so erkennbar sein. Wir können das als Zeichnung ja mal drin lassen. Dann können wir es vergleichen. Was haben wir uns gewünscht und was ist daraus geworden? Aber all das, was wir hier sehen, darauf kommt es mir an, ist in der Lage, ein wirkliches bullisches Bild abzuzeichnen. Das heißt, diese Unkerkerze in dieser Unterstützung hat tatsächlich die Möglichkeit, jetzt hier sich noch ein bisschen weiter nach oben zu entwickeln. Also das ist gar nicht so abwegig. Ob es dann wirklich ein Fünffäller hoch wird oder ob das dann doch nur eine A, eine B und dann bei der C, danke, wir sind fertig, Bewegung ist und danach wieder runter geht, das wird man dann mal sehen. Das wäre die andere Alternative. Aber ihr seht, vorläufig ist die Aufwärtsseite gar nicht so abwegig. So, also blättern wir zurück auf den Future-Markt. Da ist es blöderweise ein bisschen unsauberer. Warum? Weil wir dann natürlich den Nachthandel dann noch mit dabei haben. Also ihr seht diese Länge. Aber diese Länge ist auch korrektiv. Das heißt, auch hier ist es so halbwegs wieder erkennbar. Der Index gefällt mir da, was das angeht, besser, weil er sauberer im Moment ist. Und hier haben wir diese ganzen Schnickschnack-Aktionen, die wir im Intraday-Future-Markt da gegebenenfalls eben nochmal mithaben. Trotz alledem, alles ist grundsätzlich aufwärtsfähig. Selbst wenn der Markt jetzt hier nochmal ein bisschen runter geht, das sieht ja jetzt auch noch nicht so richtig endgeil aus. Das wären alles noch Szenarien, die für die Long-Seite in Ordnung sind. Auf Tagesschart-Ebene finde ich die Kerze jetzt zum Beispiel im Dow Jones durchaus passend. Auch die im Future, die wir hier mal eingezeichnet hatten, wo wir gesagt haben, wenn man da drüber geht, das wäre schon eine Indikation für einen Einstieg. Das wäre absolut in Ordnung. Aus meiner Sicht hier im 5-Minuten-Chart ist es ein bisschen schwieriger, einen Einstieg zu finden. Am liebsten habe ich das ja immer so auf den Zwischenhochs. Das wäre hier gewesen. Da müsst ihr jetzt überlegen, wollt ihr auf jeden Fall den Stopp hier oder die 78er-Marke? Das machen wir jetzt nochmal für die, die es noch nie gehört haben. Und sagen, jetzt sei doch nicht so schludrig hier. Also das ist der Schub hoch. Das ist die Korrektur. Nachthandel immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber das wäre dann hier sogar schon getriggert. Ganz eng wäre der Stopp hier. Da wäre man schon in der Gefahr ausgestoppt zu werden. Wie hätte ich das gemessen? Tiefster Punkt, Einstiegspunkt. Da wären wir hier ausgestoppt worden. Aber ihr müsst immer damit rechnen. Hey, das ist Nachthandel. Da wird nicht millimetergenau gearbeitet. Da ist weniger Volumen da. Kann man natürlich so handeln. Dann hätte man hier schon einen Fehlversuch natürlich gehabt. Die andere Alternative ist, eine Nummer größer zu gehen. Tiefster Punkt, höchster Punkt. Der Impulsbewegung. Die 78er-Marke als eine Unterstützung zu nehmen und zu sagen, okay, wenn er jetzt direkt hoch geht, super, wenn er nochmal Umweg macht, auch in Ordnung. Nur darunter sollte er natürlich nicht mehr gehen. Und ähnlich, wie ich das eben angezeichnet habe, naja, die Erwartungshaltung. Dass wir dann doch nochmal ein gutes Stück uns davon entfernen. Also da wäre dann die Stopp-Marke ungefähr 33.617 auf dem Future. Und wenn ihr jetzt sagt, manchmal kriege ich den Hinweis, ja, wir haben ja die Future-Daten nicht, wir haben ja ganz andere Werte. Dann messt ihr Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt, dieses impulsiven Anstiegs. Und davon die 78er-Marke, 78.6er. Und wenn ihr nur die 76.4er habt, die geht auch. Das ist dann ein bisschen anders, aber nicht wirklich dramatisch. Also gar nicht so hoffnungslos. Ein bisschen Pobacken zusammenkneifen ist es, aber wir sind im Unterstützungsbereich, sowohl beim DAX als auch beim DAO. Und wir haben so ein bisschen die Anzeichen dafür, sowohl patternmäßig, wenn auch ein bisschen unsauber, als auch kerzenmustermäßig, wenn auch noch nicht ganz perfekt. Aber erste Anzeichen dafür, da könnte was gehen. Das ist beim S&P 500 nicht groß anders. Da war die Tageskerze von gestern nur so, dass wir gar keinen Körper hatten, mehr oder weniger. Aber ein Tail da auf der Oberseite. Noch lieber ist mir immer, wenn da gar nicht so ein richtiges Tail oben ist. Aber das ist noch okay. Wir haben einen langen Tail auf der Unterseite. Also hier gilt auf Tagesebene, auch beim S&P, auch das mit der Unterstützung. Wir haben hier eine Chance, dass der Markt jetzt sagt, na gut, jetzt kommt, wenn es das noch mal sein hier ist. Stellt euch nicht so an. Aber geht nicht zwingend davon aus, ja, dann muss der Kurs jetzt ja auf jeden Fall auf neue Allzeithochs gehen. Die Chance besteht. Ich will das gar nicht wegreden. Aber es ist nicht zwingend, dass das passiert. Seid da also ein bisschen vorsichtig. Ich muss mal gucken. Vielleicht werde ich da gleich noch mal einen Trade des Tages daraus formulieren. Und euch da die eine oder andere Info als einen Vorschlag dazu geben, wie man damit umgehen kann, wäre ja mal immerhin was. Dann haben wir den Nasdaq noch mal. Da haben wir das mit der Unterstützung noch nicht so richtig hingekriegt. Wir sind zwar auf dieser Höhe, aber das ist mir eigentlich zu kurz. Eigentlich hätte ich ihn da unten gerne gesehen. Ansonsten gilt für den Nasdaq mehr oder weniger genau das Gleiche. Der Schub hoch, wackelig runter. Hier hinten das Nachtgezuckel, da müssen wir noch mal gucken. Das ist jetzt hier natürlich dann, was hier dann nach, also Börsenbeginn war quasi hier dann. Davor war ja noch bezogen auf den Nachthandel. Also hier, das ist alles Nachthandel, dieser Teil gewesen. Also auch Europanacht. Amerikanische Nacht ging dann bis da noch so ungefähr. Also das ist aber in die gleiche Richtung gehend. Es ist aber auch hier ein bisschen unsauber, ein bisschen unkonkret. Das macht es nicht so leicht. Ich schiebe den mal ein bisschen rüber, dass die Kerzen da nicht so verdeckt sind. Und hier, da sieht man so ein bisschen, also von der Auswahl würde ich wahrscheinlich dann lieber den S&P nehmen als den Nasdaq. Aber das Bild grundsätzlich ist relativ ähnlich. Wir können auch hier noch mal gucken. Auch hier haben wir so ein bisschen Hammer-like das Ganze. Also die Quintessenz ist mehr oder weniger die gleiche. Aber wenn ich das habe, dann nehme ich lieber der mit der besseren Unterstützung. Und wer jetzt sagt, wieso, hier soll auch Unterstützung, hat natürlich recht. Auch hier ist eine gewisse Unterstützung im Markt. Aber ebenfalls also die realistische Chance, dass es nach oben geht. Also ganz abwegig ist es nicht. Und ihr dürft ja eins nicht vergessen. Diese Kerze ist durch den Verfall. Wenn ich alles nach diesem Verfall mal so hier nochmal zeichne und diesen Kontraktwechsel rausnehme, diese lange grüne Kerze, dann bin ich nämlich genau da, wo er auch hin muss. Also für den Index, wenn ich das hier so sehe, sind wir exakt an der Stelle. Und ebenfalls mit der Wendeüberlegung. Also zusammengefasst, alle Indizes haben eine Unterstützung. Sie haben ein erstes Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer willig sind. Es ist nicht die Garantie, dass der Kurs jetzt über Kilometer steigt. Aber es ist zumindest mal das erste Aufbegehren der Bullen zu sehen, die sagen, uns gibt es auch noch, wollen wir nicht nochmal. Also nicht die schlechtesten Chancen, dass es da ein bisschen nochmal nach oben geht. Guckt mal, ob ihr da was draus machen könnt. Ich werde mich vielleicht dazu auch nochmal melden mit einem konkreten Vorschlag, wie man das dann aufbaut. Euch erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.